Ja, böse Preisschilder gibt's nicht. Landgericht München hatte sich mit einem interessanten Fall zu befassen. Da hat sich jemand an einem Preisschild verletzt. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Bosch, Rechtsanwalt, der euch auch über Schmerzensgeldklagen hier informiert und auf dem Laufenden hält. Und ich habe was Skurriles, aber auch Krasses und auch Interessantes gefunden. Ein Fall, mit dem sich Landgericht München zu befassen hatte. Und da geht es um den Fall der sogenannten CIC-Haftung. Culpa in contra hendo nennt sich das. Die Juristen werden es wissen, die Jurastudenten auch. Es geht im Prinzip um eine Haftung bei vorvertraglichen Schuldverhältnissen. Verschulden bei Vertragsverhandlungen, so nennt man das. Also immer dann, wenn ich quasi in einem Stadion bin, wo ich noch keinen Vertrag habe, sondern ich bin noch in einer vorvertraglichen Situation, dann können solche Ansprüche in Betracht kommen. Kurzer Exkurs, man versucht immer Ansprüche in erster Linie aus Vertrag herzuleiten und danach erst aus Delikt. Es gibt ja auch den 823, die sogenannte unerlaubte Handlung. Sinngemäß, wenn ich jemandem Schaden zufüge, dann muss ich dafür einstehen, wenn ich das schuldhaft tue. Und vorrangig in der gesamten Juristerei sind aber immer die vertraglichen Ansprüche. Die prüft man immer zuerst. Warum? Weil die in der Regel etwas leichter durchzusetzen sind, um das mal ganz verallgemeinert jetzt darzustellen. Berühmtester Fall dieser Kulpa in Contra Hendo-Geschichten ist, glaube ich, dieser sogenannte Salatblatt-Fall. Da war jemand in einem Geschäft und ist dann auf einem Gemüseblatt ausgerutscht. Da war halt die Frage, vertragliche Ansprüche, ja, nein. Denn Kaufvertrag war ja noch nicht abgeschlossen, sondern jemand war nur in einem Geschäft und ist dann da ausgerutscht. Und um diese Thematik ging es ein bisschen auch hier. Die Kundin hatte ein Outlet-Geschäft im Prinzip besucht und sie war in der Umkleidekabine und hat ein T-Shirt anprobiert. Und dabei hat sie sich an einem Preisschild, was da an diesem T-Shirt wohl hing, verletzt und hat sich das ins Auge gestochen. Und es gab relativ gravierende Folgen. Ja, Hornhauttransplantation war notwendig und sie wird dauerhaft unter starken Schmerzen leiden, also relativ krass gelaufen. Und sie wollte dann eben auf Schmerzensgeld hinaus, hat den Outlet-Betreiber hier verklagt von dem Landgericht in München. Schmerzensgeld, Höhe im Ermessen des Gerichts, man gibt eine Untergrenze fest. In dem Fall hat sie gesagt, die will mindestens 5000 Euro. Was aus meiner Sicht jetzt rein für die Art der Verletzungen sicherlich auch okay ist, wenn man das so ansetzt. Gericht stellt das Ergebnis vorneweg, hat die Klage aber abgewiesen und hat gesagt, keine Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. Jetzt sind wir beim nächsten Fachbegriff, Verkehrssicherungspflichten. Also immer, wenn ich irgendwie eine Gefahrenquelle betreibe oder habe, etwas, was potenziell gefährlich werden könnte, dann greifen diese sogenannten Verkehrssicherungspflichten. Berühmter Fall ist Schnee- und Eisräumung, wenn jemand ausrutscht und jemand anders hat nicht geräumt. Das ist eine Frage von Verkehrssicherungspflichten, Baustellenfälle. Wenn da jemand in die Baugrube stürzt, war das richtig abgesperrt. Also um diese Thematiken geht es da. Und Gericht hat gesagt, nein, hier keine Verkehrssicherungspflicht verletzt. Hier ging es insbesondere um die Verletzung von solchen Verkehrssicherungspflichten in einem sogenannten vorvertraglichen Schuldverhältnis. Denn der Vertragsabschluss, also Kauf von Kleidungsstücken, der hat sich ja erst angebahnt. Der war ja noch nicht vollzogen. Es war ja noch im Bereich der Anprobe. Eigentlich ein ganz klassischer Fall einer Kulpa in contra Hendo Haftung. Und wenn man so weit ist in der juristischen Prüfung, dann stellt sich auch die Frage, Verkehrssicherungspflichten verletzt, ja oder nein. Das heißt, welche Voraussetzungen hat der Shopbetreiber hier vorgenommen und so weiter, um eben Schaden von seinen Kunden abzuwenden. Und der Shopbetreiber hat eben gesagt, das war ein ganz normales Preisschild. War wohl 9 cm auf 5 cm, hatte abgerundete Ecken sogar und war auch deutlich spürbar an dem T-Shirt, also war nicht irgendwie versteckt angebracht. Und Shopbetreiber hat eben gesagt, davon gehen keine besonderen Gefahren aus. Außerdem, so haben die noch ihre Verteidigung aufgebaut, ist das vorher noch nie passiert, also noch nie jemand hat sich verletzt. Hierzu muss ich sagen, dass das vorher noch nie passiert ist, ist jetzt an sich mal kein Grund. Und die Argumentation mit diesem Schild, was aber abgerundete Hecken hat und sowas, das kann ich schon unterm Strich mitgehen. Deshalb sehe ich schon hier, dass es wahrscheinlich im Ergebnis auf eine Entscheidung hinausgelaufen ist, die ich so mittragen kann. Es gab noch ein ganz wichtiges Argument vom Shopbetreiber, nämlich das Anbringen dieser Preisschilder ist ja gesetzlich vorgeschrieben und das ist auch richtig. Da gibt es Regelungen dazu, Preisangabenverhandlungen und, 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 verschiedene andere Dinge, wo das alles genau geregelt ist, wie, was, wann, wo da anzubringen ist. Die Frau hat natürlich in die andere Richtung argumentiert, sie hat ganz normal anprobiert und trotzdem ist das eben passiert. Ja, das würde für eine gewisse Gefahr sprechen und auch für die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ziehe das Ganze nochmal an und steche mir damit halt mein Auge raus, dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Es gibt aber, das ist ein weiser Satz, den ich in meiner, ja, in meiner Zeit des Jura-Lernens, und man lernt ja nie aus, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist, eine Verkehrssicherungspflicht, die jeden Vorfall, jeden Schaden ausschließt, die ist schlichtweg nicht zu erreichen. Ja, das ist immer so ein Satz, der sich dann auch in diesen Urteilen findet, wenn die Klagen in die Hose gehen. Ja, dass man eben sagt, niemand kann so viele Vorkehrungen treffen, dass niemals was passiert. Ja, also in diesen Themen geht es immer um den Einzelfall. Und Gericht hat sich hier auf die Seite des Shop-Betreibers gestellt und hat eben gesagt, jetzt ähnlich wie ich das zitiert habe, Verkehrssicherungspflichten treffen Geschäftsführer, aber eben nicht für alle denkbar entfernten Möglichkeiten eines Schadenseintritts. Gericht hat darauf abgestellt, man kann das nur in dem Maße irgendwie sichern, wie es ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen ein vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält. Ja, das sind immer diese weisen Worte, dann ein durchschnittlicher Mensch, wie ist das aus seiner Sicht zu beurteilen und was kann dem passieren, was ist möglich, was ist zumutbar, all diese Sachen im Rahmen einer Abwägung. Und hat weiterhin gesagt, es kommt halt auch darauf an, welche Möglichkeiten hatte die Geschädigte überhaupt, sich vor erkennbaren Gefahrenquellen eben selbst zu schützen. Ja, auch das Mitverschulden spielt bei diesen Fällen immer eine Rolle. Und da hat das Gericht gesagt, dass man hier die Kundin eben sehr deutlich in der Pflicht sieht, dass es ihr mit anzulassen ist, so blöd das jetzt klingt, dass sie sich da im Auge verletzt hat. Und es sei eben davon auszugehen, dass bei solchen Kleidungsstücken in der Regel immer an einem Kleidungsstück, das du anprobierst, eben auch ein Preisschild dranhängt. Und man hat eben gesagt, die Kundin hätte darauf achten müssen. Weiterhin hat das Gericht argumentiert, das ist jetzt relativ praktisch, dass man meistens schon, bevor man das Ding anprobiert, auch schon mal aufs Preisschild guckt. Ja, das ist ein recht interessanter Gedanke, den ich aber unterm Strich für richtig halte. Und so argumentiert das Gericht eben, dass man dann schon zumindest beiläufig weiß, dass ein Preisschild dran ist und dass man dann eben auch entsprechend aufpassen kann oder, wenn man es nicht tut, eben hätte müssen. Wenn die Kundin also hier wollte, dass man dann nochmal gesondert irgendwie mit Schildern darauf hinweist, Achtung an unserer Ware sind Preisschilder, verletzt euch nicht, das ist wohl so sinngemäß in den Prozess gefallen. Es hielt das Gericht für lebensfremd und auch jenseits den Grenzen der Zumutbarkeit. Ja, deshalb unterm Strich zwar interessanter juristischer Fall, wo man viel, ich sag mal, standardjuristisches Examens oder standardjuristisches Grundlagenwissen hier darstellen kann, aber unterm Strich wohl richtig, keine Verkehrssicherungspflichtverletzung kann ich mitgehen, wie das Gericht das hier entschieden hat. Urteilen nach meiner Kenntnis sind noch nicht rechtskräftig. Bleibt abzuwarten, ob die Frau dann noch in Berufung geht. Kleine Anmerkung am Rande bei solchen Sachen. Würde ich tatsächlich vielleicht nur empfehlen, wenn man hier eine Rechtsschutzversicherung dahinter hat und die würden das auch wahrscheinlich entsprechend genau überprüfen. Spätestens in der zweiten Instanz sind die da dann meist ein bisschen zickiger, ja gerade bei solchen Sachverhalten schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass ihr eine hatte oder nicht, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung. Ja, so viel dazu. Also Augen auf beim Klamottenkauf, wollte ich jetzt sagen, das wäre aber gemein. Nein, also bitte nicht falsch verstehen. Ist eine schlimme Verletzung, die sie da davongetragen hat. Ja, ich sehe aber halt jetzt hier kein tatsächliches Verschulden des Shop-Betreibers dafür. Da sind Unfälle, die passieren eben, ja, aber ist natürlich eine schlimme Folge für die Frau. Also trotzdem Augen auf, wenn man da was kauft, aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Man sieht nämlich hier auch was ganz anderes ganz schön. Man kann sich an den kleinsten Sachen irgendwie super blöd verletzen. Und das ist hier ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn man sich tatsächlich an einem Preisschild auch so verletzt, dass du wirklich dauerhaft Folgen davon hast und massive Verletzungen davon trägst. Also wirklich auch bei den kleinsten Sachen aufpassen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.